Ja, das was ihr gerade gesehen habt, war mein Unboxing. Und zwar habe ich bei einem Giveaway gewonnen, und zwar von The Clift. Und zwar habe ich dieses Silikon-Case für den iPod Touch gewonnen, von Belkin. Ja, das kam halt in diesem Briefumschlag hier. Den drehe ich jetzt nicht um, wegen Datenschutz. Hier war dann eine Nachricht bei. Hey hiergegen, herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn in meinem Giveaway. Viel Spaß mit dem Case. Gruß The Clift. Ja, ich sage herzlichen Dank. Alle, die jetzt das Video sehen, abonniert den Kanal von The Clift und natürlich auch meinen. Und jetzt werde ich mal meinen iPod in das Case stopfen. Pling. Oh ja, fühlt sich gut an. Also hier. Zum laut und leise machen. Ja, ich bedanke mich nochmal. Ich freue mich tierisch, dass ich gewonnen habe. Ich habe zwar einen Case, aber das ist nicht so gut wie das hier. Und vielen Dank. Vielen Dank.